Sarah Conner, die Sängerin hat Corona. Sarah Conner hat es erwischt, die Sängerin hat sich mit Corona infiziert, wie sie ihren Fans nun auf Instagram mitteilt. Dass es ihr nicht gut geht, merkt man sofort, auf Instagram wendet sich eine sichtlich angeschlagene Sarah Conner, 41, an ihre Fans. Und sie hat eine echte Hiobsbotschaft für die Follower. Die Musikerin hat sich mit Corona infiziert und muss daher ihr Konzert in Leipzig absagen. Ich habe den ganzen Morgen geheult und auch schon einen kleinen Nervenzusammenbruch hingelegt, einfach, weil ich mich Sonntag, Sonntag, Sonntag sehr gefreut habe auf dieses Konzert, berichtet sie. Auch im Video oben gesteht Sarah Conner, hab erst mal geheult, damals aus anderem Grund. Sarah Conner hat sich bei ihrem Kind mit Corona angesteckt. Eines ihrer Kinder hat sich offenbar mit dem Covid-Virus angesteckt. Weil Sarah Conner zunächst von einer Erkältung, wie sie zu Schulbeginn häufig ist, ausgegangen war, kümmerte sie sich wie immer mit vollem Einsatz um ihr Kind, Herzen und Küssen inklusive. Doch nun wurden beide positiv getestet, das Konzert kann demnach nicht stattfinden. In dem Video entschuldigt sich die geknickte Sängerin dafür und URM-Text zum Posting, es tut mir so leid. Eines meiner jüngeren Kinder und ich sind heute positiv auf Covid-19 getestet worden. Ich will nicht verzweifeln, auch, wenn mir heute Morgen kurz mal danach war, schreibt der Popstar. Zum Glück kann die 41-Jährige etwas Entwarnung geben, ich bin längst geimpft und habe zum Glück nur leichte Symptome, also kein Grund zur Sorge. Gut geht es ihr trotzdem nicht, mein Herz ist platt. So viel Aufregung, Planung, Vorfreude und dann zieht man mir und uns einfach den Stecker. Was soll ich sagen? Ich bin unendlich traurig, dass ich morgen nicht vor euch stehen kann. Dass das alles nicht ihre Schuld ist, weiß die Musikerin, auch wenn es nur ein kleiner Trost ist. Auch wenn ich gern würde, ich kann nicht alles kontrollieren. Das Universum folgt seinen eigenen Gesetzen, schließt Sarah Conner ihren Post. Und auch die Fans zeigen Verständnis und Mitgefühl, also ich schreibe hier mit zitternden Fingern. Es tut mir so leid für dich und für uns, weil ich weiß, wie doll du spielen wolltest und wie doll euer alle. Herz die letzten Tage bei den Proben getanzt ist und wie viel ihr wegstecken musstet die letzten Monate, fasst es ein Follower besonders gefühlvoll zusammen. Und weiter, bevor ich an irgendwelche gebuchten Hotels oder so gedacht habe. Ich mache mir jetzt. In erster Linie sorgen um euch und wünsche euch von tiefstem Herzen gute Besserung und dass ihr das Lächeln jetzt nicht verliert.